Da fängt die Zoe an, richtig ordentlich Strom zu verbrauchen. Gebe ich offen zu, Renault nicht unbedingt zugetraut. Was hat mich an das Zoe gestört? Mein Fazit nach den vier Jahren ist ganz eindeutig. Ja, es ist langsam soweit. Der Abschied von unserer Zoe beginnt. Hier ist sie nochmal. Ja, in weiß. Und wir haben schon angefangen. Wir haben hier die Aufkleber abgemacht, die wir dran hatten. Von unserem Stromversorger haben wir ein bisschen Bonus bekommen. Hinten war auch Aufkleber auf der Heckscheibe. Das ist alles ab. Und jetzt muss ich mal langsam anfangen, das Auto auszuräumen. Und wie das immer so üblich ist, in so einem Auto ist ja jede Menge Müll. Und ich gehe mal davon aus, dass hier in der Zoe auch jede Menge Zeugs drin ist, was da eigentlich gar nicht reingehört. Wollen wir mal gucken, wie das hier alles so aussieht. Ich habe mir mal hier einen Kasten geholt. Da fange ich jetzt mal so langsam an, alles irgendwie reinzupacken. Wie gesagt, wir haben die Zoe noch ein paar Tage. Aber es wird natürlich in den nächsten Tagen geht die Zoe dann zur Wiederaufbereitung. Was haben wir denn hier? Hundetüten dann hier. Ach, guck mal hier. Das ist die Polizei-Information zum Abschleppen von Elektrofahrzeugen an Stromtankstellen. Stimmt, das hatte ich immer im Auto, um das im Zweifel den Polizisten mal vorzulegen. Okay, das kann ich nochmal rausnehmen. Ladekarten, okay, die können noch drinbleiben. Das ist das Telematik-System. Das kann auch noch ein paar Tage drinbleiben. Okay, dann haben wir hier das alles erstmal rausgenommen. Und wie gesagt, das alles teilweise packe ich jetzt um in den Citroen C-Zero. Geht mir immer noch ein bisschen schwer über die Lippen. Und morgen, wie gesagt, geht es zur Aufbereitung. Da nehme ich euch natürlich auch mit. Da bin ich mal sehr gespannt, wie die Zoe dann hinterher aussehen wird. Sie hat sich ja an sich wirklich gut gehalten. Aber sie hat so ein paar Schrammen und sie hat so ein paar Dellen. Und sie hat so ein paar Kleinigkeiten hier. So eine Geschichten hier. Ja, das werden die in Ordnung bringen. Das kostet mich nochmal ein bisschen Geld. Den Wagen nochmal polieren. Und dann mal gucken, was Renault dann nächste Woche dazu sagt. Der Abschied von der Zoe geht in die nächste Runde. Es ist schon irgendwie ein bisschen ein komisches Gefühl. Ich habe heute früh nochmal den ganzen Rest aus dem Auto rausgeholt. Die Ladekarten und was ich hier noch so an Kleinkram hinten drin hatte. Die Zoe ist wieder ganz nackt. So wie wir sie vor fast genau vier Jahren abgeholt haben. Jetzt bringe ich die Zoe erstmal zur Fahrzeugaufbereitung. Das habe ich damals auch schon 2017 mit dem Peugeot Ion gemacht. Ich hatte ein bisschen Sorge, muss ich gestehen, vor hohen Forderungen von Peugeot damals. Ihr wisst, wie das bei Leasingfahrzeugen ist. Da wird irgendwie jeder Kratzer sehr hoch in Rechnung gestellt. Und da habe ich damals gesagt, ich bringe den Ion zur Fahrzeugaufbereitung. Und war von dem Ergebnis so wirklich unfassbar begeistert. Der Wagen sah meiner Meinung nach nach der Aufbereitung fast besser aus als bei der Auslieferung. Dass ich mich bei der Zoe auch dafür entschieden habe, das so zu machen. Ja, und da steht er jetzt. Da steht sie jetzt. Sie? Die Zoe ist immer noch für mich ein Mädchen? Nein, im Ernst. Also jetzt haben wir ihn abgegeben. Die Übergabe ist eben gemacht worden. Das Fahrzeug ist nochmal angeschaut worden, ob noch irgendwelche anderen Dinge irgendwie dazugekommen sind. Aber es ist ja nichts weiter passiert. Und von daher werden sie sie jetzt ein bisschen schön machen. Und zwei bis drei Tage soll das Ganze dauern. Also bis zum Freitag ungefähr. Dann werden wir sie abholen. Und dann werden wir sie nach Hause bringen. Und werden sie sozusagen dann erstmal stehen lassen. Und wenn alles gut geht, wie vorhin gesagt, und dann erst am Mittwoch wieder aus dem Dornröschenschlaf erwachen lassen. Und zum Renault-Händler bringen nach Weißensee. Das wird nochmal eine ganz schöne Strecke werden. Vor allem weiß ich noch gar nicht, wie ich da eigentlich nach Hause komme. Wahrscheinlich werde ich mir irgendwie mal ein WeShare oder sowas leihen. Und dann haben wir erstmal den Citroën und dann mal gucken. Ich werde mal die Tage mal bei Skoda anrufen und fragen, wie es ist. Na gut. Also ihr merkt schon, ein bisschen emotional wühlt mich das doch irgendwie auf. Es steckt auch so viel Arbeit drin. Und ja, der ganze YouTube-Kanal, den verbinde ich auch sehr stark mit der Zoe. Mal gucken. Jetzt lassen wir uns mal überraschen, wie das gute Stück dann am Freitag aussieht. Ich freue mich zumindest drauf. So, und jetzt seid ihr sicherlich genauso gespannt wie ich. Ich habe sie noch nicht bezahlt, aber ich habe sie schon gesehen. Sie steht jetzt hier vor mir. Wollt ihr mal einen Blick werfen? Wow, einfach nur wow. Der erste Anblick ist ja schon der absolute Knaller. Jetzt fahre ich die Zoe nach Hause, stelle sie auf den Parkplatz, lasse sie dort stehen und hoffe, dass nichts weiter passiert. Vier Jahre hatten wir die Zoe geleast. Die Batteriemiete, da hatte ich mich vorher erkundigt, löste sich auch automatisch auf mit der Rückgabe der Zoe. Ja, aber die Rückgabe selber beim Renault-Händler in Berlin, die war die blanke Katastrophe. Und hat mich definitiv nicht dazu bewegt, mir nochmal einmal Gedanken zu machen, vielleicht doch nochmal eine Zoe zu nehmen. Zunächst einmal hatte ich mich im Voraus schon gewundert, dass ich von Renault nie angeschrieben wurde, ob man nicht vielleicht mir ein Angebot machen wolle, könne, solle für eine neue Zoe. Es kam dann nur irgendwann mal ein Brief mit dem Hinweis, wann das Auto zurückgegeben werden soll. Allerdings auch ohne Hinweis mal einen Termin, also einen zeitlichen Termin an dem Tag auszumachen, da musste ich mich selber drum kümmern. Das war grundsätzlich kein Problem, aber da hatte ich mir doch ein bisschen mehr Service, ehrlich gesagt, erwartet. Und vor allem auch Interesse, jetzt hier von Renault mir ein neues Auto irgendwie zu geben. Ja, und dann beim Rückgabetag selber totales Desinteresse der Mitarbeiter, der Service-Mitarbeiter, der Counter, also der Mitarbeiterinnen am Infotresen, die keine Ahnung hatten, die über nichts Bescheid wussten. Und der Sittarbeiter selber, der das Fahrzeug dann angenommen hat, hinterher auch sehr, sehr kurz angebunden, kein Interesse, keine Rückfrage. Ich musste eine Stunde warten, während das Fahrzeug begutachtet wurde. Es wurde mir weder ein Kaffee angeboten, noch einen Tee, noch ein Wasser. Es wurde nie mal geguckt, ob alles in Ordnung ist, wie es einem geht, ob man mit dem Fahrzeug zufrieden war, ob man vielleicht ein neues Angebot gerne hätte, gar nichts. Also absolutes Desinteresse hier und das hat mich definitiv nicht dazu bewogen. Der Hammer war dann, als wir, meine Tochter und ich, den Laden verlassen haben, haben wir natürlich auf Wiedersehen und Tschüss gesagt. Es gab nicht mal eine Rückantwort, kein Blick. Ja, jetzt ist es soweit, der Tag nach der Rückgabe der Zoe. Wir haben sie gestern zurückgegeben. Das war ein etwas obskures Erlebnis. Das war irgendwie ein bisschen sehr, sehr eigenartig, was da gestern abgelaufen ist. Nichtsdestotrotz ist sie jetzt weg und ich wollte eigentlich gestern bei der Fahrt dieses Fazit vier Jahre mit der Zoe aufnehmen. Aber aus bestimmten Gründen habe ich es dann doch nicht während der Fahrt gemacht. Also ich will es auch nicht unnötig in die Länge ziehen, denn zur Zoe gibt es natürlich mehr als genug Videos. Mein Fazit nach den vier Jahren ist ganz eindeutig. Die Zoe ist ein tolles Alltagsfahrzeug. Ich kann sie aus meiner Sicht jedem empfehlen, der in die Elektromobilität einsteigen will, den die Zoe anspricht, in ihrem Design, in ihren Fahrleistungen, vom Preis her natürlich auch. Ist es ein Gesamtpaket, was passt und wo es wenig Dinge gibt, die man irgendwie kritisieren müsste oder die einfach nicht gut wären? Nicht gut kann ich bei meiner Zoe Baujahr 2017 gar nichts finden. Am Anfang gab es ein bisschen Schwierigkeiten mit so einem Klappergeräusch hinten an der Heckklappe. Also das wurde dann behoben, hat eine ganze Weile gedauert, aber war alles prima. Von der Verarbeitungsqualität innen her war ich wirklich überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Gebe ich offen zu, Renault nicht unbedingt zugetraut, denn ein Auto, das sollte normal sein, dass ein Auto nach vier Jahren weder klappert noch knatscht. Das war definitiv nicht der Fall. Ein super ruhiges Fahrzeug hatte ich persönlich von der Zoe, sage ich ganz ehrlich, nicht erwartet. Ich bin sehr positiv überrascht gewesen. So, was all die anderen technischen Dinge angeht, den Verbrauch, der lag bei uns im Vierjahresdurchschnitt bei ungefähr 14 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Die Fahrleistungen selber, alles prima. Das ist alles so, wie ihr es kennt und in hunderten Videos nachgucken könnt. Was hat mich an das Zoe gestört? Zwei Dinge, sage ich ganz ehrlich. Auch zwei Dinge, die man aber auch weiß. Die eine Sache wusste ich nicht genau, nämlich wie stark die Ladeleistung einbricht, wenn die Zoe kalt ist. Also das muss man wissen, wenn man dieses Fahrzeug kauft, dass sie bei Temperaturen, naja, so spätestens ab 0 Grad, aber auch schon so ab 4, 5 Grad wesentlich langsamer lädt, als sie das tut, wenn sie 12, 14, 15 Grad hat Batterietemperatur. Also das muss man wirklich wissen, dass man sich da auf längere Ladezeiten einzustellen hat und dass die Ladeleistung weit unter den 22 kW liegt, die meine Zoe an AC laden konnte. Ich weiß nicht, wie es bei aktuellen Zoys ist, die ja auch DC laden können, wie stark dort die Ladeleistung einbricht. Aber bei mir war es tatsächlich so, dass die Ladeleistung runterging bis auf unter 5 kW und das ist dann eigentlich schon ein bisschen enttäuschend für ein Auto, was normalerweise auch mit 22 kW laden kann. Und das andere, was auch an der Zoe ein bisschen unangenehm ist, das ist einfach ihre Lautstärke beim Heizen. Also die eingebaute Werbepumpe ist an sich sehr, sehr gut, finde ich. Also sie erreicht gute Werte. Man merkt deutlich, dass sie wenig Strom verraucht, wenn man heizt. Das ist sehr angenehm. Die Reichweite bricht nicht so sehr stark ein. Aber das Geräusch, was das Auto dabei produziert, ist wirklich echt der Hammer. Und das ist so laut, dass man es durch geschlossene Fenster und auch Mauerwerk hindurch hören kann. Also nichts unbedingt, wenn man sich mit seinem Nachbarn nicht gut ist, dann sollte man tunlichst verzichten darauf, dieses Auto direkt unter dem Schlafzimmerfenster des Nachbarns vorzuheizen. Das ist einfach wirklich richtig laut. Also es ist wirklich richtig laut. Und das ist unangenehm. Das ist störend. Bei der neuen Zoe ist es ein bisschen besser. Das ist zumindest mein Eindruck gewesen. Ich hatte kurzzeitig mal eine Möglichkeit, eine der ganz neuen Zoe-Probe zu fahren. Und da ist es deutlich besser. Davon abgesehen, ist es ein angenehmes Fahren in der Zoe. Reichweiten im Winter so um die 220 bis 250 Kilometer im Sommer. Gerne auch mal über 350 Kilometer sind wirklich problemlos möglich. Autobahnreichweite bei höheren Geschwindigkeiten natürlich nicht. Denn ab 80 kmh, das wisst ihr, da fängt die Zoe an, richtig ordentlich Strom zu verbrauchen. Also sie ist mehr so eine kleine gemütliche für den Stadteinsatz, für den Suburbanbereich, für die Landstraße. Da fühlt sie sich wohl. Hohe Geschwindigkeiten, deutlich über 100 kmh, verbrauchen wirklich sehr viel Strom und dafür gibt es bessere Fahrzeuge. Ja, was hat mir richtig gut gefallen? Das Gesamtkonzept muss ich einfach mal sagen, trotz aller Macken, die sie irgendwie hier und da hat. Ich muss gestehen, ich hatte ja auch die einfachste Ausstattung der Zoe, also Plastik von vorne bis hinten. Kein Komfort, nichts weiter, ganz besonders keine besonderen Ausstattungsmerkmale und trotzdem irgendwie alles drin, alles dran, was man braucht. Und ja, da hat sie ihren Zweck erfüllt und ich bin soweit zufrieden. Ich kann die Zoe eigentlich wirklich jedem empfehlen, der wie gesagt in die Elektromobilität einsteigen will, der für Fahrten so bis, sagen wir mal, 250 kmh, wenn er die am Tag braucht, ein Fahrzeug haben möchte, ist er damit gut beraten. Macht nichts falsch mit der Zoe. Welche Ausstattungslinie ihr wählt, ist nachher einfach letztlich nur eine Frage, wie viel Geld ihr investieren wollt und im Großen und Ganzen waren wir alle, die ganze Familie, alle sind mit der Zoe gefahren, wirklich zufrieden, haben Spaß gehabt mit diesem Fahrzeug und jetzt freuen wir uns auf Neues und ja, danken sozusagen unserer Zoe für knapp 50.000 km unfallfreie Kilometer und also zumindest, wir haben keine Unfälle verursacht. Es sind leider, wir sind leider zweimal angefahren worden, aber da kann man ja dann auch nichts für. Wir fühlten uns sicher in dem Fahrzeug, das ist vielleicht noch eine Information, die auch ganz wichtig ist. Ja, Daumen hoch für die Zoe. Alles gut, wir haben Spaß gehabt und wir freuen uns aber jetzt auch auf was Neues.